25. Mai, klingelt aber was weiß ich, was da stattfindet. Wann? Sonntag? Da sind die Europawahlen. Ich glaube hier irgendwie so Bezirkswahlen oder sowas, oder? Ich denke mal die Wahlen. Europawahlen und Stadtratwahlen glaube ich auch noch. Gehst du wählen? Ja, auf jeden Fall. Sicher? Ich habe Briefwahl beantragt. Ja. Ich habe keine Ahnung. Warum? Weil ich das wichtig finde. Es ist ein Dienst für die Demokratie. Weil ich mir einfach denke, nicht wählen ist auch nicht die Lösung. Ich studiere Jura und da ist es schon wichtig, dass man sich da ein bisschen schlau macht. Es ist nicht der Sinn und Zweck, nicht wählen zu gehen, wenn jahrhundertelang Menschen Blut vergossen haben, dafür, dass irgendwann mal Demokratie herrscht und wir das Recht haben, wählen zu gehen. Wen wählst du? Das verrate ich nicht. Ich muss sagen, ich habe mich noch nicht informiert dazu, aber ich weiß nicht, ich bin eigentlich SPD-Wähler. Die Grünen denke ich mal, die sind ziemlich gut und naja, also SPD ist eigentlich nach der Bundestagswahl eigentlich nicht mehr so der Favorit, wo ich sage, die würde ich nochmal wählen. Die Mitte. Nicht rechts, nicht links. Vielleicht FDP. Partei behalte ich natürlich für mich.